Hallo und herzlich Willkommen zurück zu SMITE! Ich bin Mr. Cutter für euer Let's Play und das Kaninchen nur mit dabei ist Meeresgrund! NEIN! Arsch vom Dienst, Jesse! Ja! Flo! Hallo! Paulinchen! Hallo! Und wir spielen mal wieder... Lang lang ist es her, dass wir das letzte Mal Assort gespielt haben. War das nicht gestern? Spielen wir das nicht regelmäßig? Nein! Ich hab noch nie Assort gespielt, kann mir das mehr erklären! Ich spiel immer Angriffsmodus! Hehehehe! Der braucht ein bisschen, ne? Der braucht ein bisschen! Ja, der hat echt ein bisschen gebraucht, ey! Ich hab gehört, das ist so wie Aram! Was ist Aram? Hört sich an wie Käse! Das ist Kiri! Kiri, Kiri, Kiri! Mann, Adi, wir wollen doch mit ihm tanzen! Soll er doch nicht direkt angegriffen! Ach so! Ich hab doch mit ihm getanzt! Hast du nicht gesehen, wie er gesprungen ist? Wuh, wuh! Guck! Schöner Tanz, oder? Ja! Ja! Dann wird's geholt! Ja, ganz ehrlich, das macht man einfach nicht! Man macht dieses Jumping Jack Zeug nicht mehr da vorne! Wieso nicht? Ja, vor allen Dingen hat er doch angefangen! Er hat in meine Richtung gestandertakt! Weil's immer irgendjemanden gibt, der reinhaut! Wenn er alle Leute... Ich bin so... Ich auch! Ich bin zum Beispiel so ein Kandidat, der immer gerne angreift! Wenn da... Dann fliegt da meine Ruhe! Redet nicht gerne, die haut einfach drauf! Richtig! Ja! Er hat mich im Standard attackt! Ich bin... Ich bin unschuldig! Zeigen wir ihm... Gute ist, dass das keiner gefilmt hat! Deswegen kann auch keiner beweisen, ob das was ich gerade gesagt habe! Richtig oder falsch! So, ich komm jetzt auch mal! Ach so, du bist doch gar nicht da! Auch jetzt erst! Hast du erklärt, warum wir so schlecht sind? Wir haben unseren Zeus nicht dabei! Ja! Du meinst zu gutem Urlaub? Yeah! Oh! Boah! Sie holt aber direkt erstmal eine Salvation! Das finde ich ja richtig sozial! Ja! Doch, um sich einzuschleimen! Na, die kriegt ihr nicht! Haha! Siehste? Tschüss! Die kriegt hier nur noch eine! Und das Paul Niemchen! Weil ihr alterer so scheiße seid! TanatorsIn.de, ne? Oh Gott, komm zu mir! Siehst du? Was war das denn von dem? Betta Tanators! Ich weiß nicht, die spielen ein bisschen unkoordiniert! Hoffentlich ist nicht wieder so ein Charakter wie Loki dabei! Der das kann! Der liest so draus! Der Können wird so bewertet! Oh, guck mal wie halb tot der ist! Dem mal ne Ult, so ne Nies, zum Beispiel! Oder nen Zeus! Ja! Oh, guck mal hier ist auch noch ne Ult! Warum ist der eigentlich gerade? Warum ist der hochgegangen? Bisschen zurückkehren? Vorsicht! Ach! Ach! Ja klar! Oh, du holt noch nen Double raus! Sag ich schon Vorsicht! Fist! Wenn man gestunnt ist, dann kann man leider nichts machen! Ah! Was war das denn gerade? Mein Gott, der haut mich! Das war ne Semse in meinem Gesicht! Der Team ist ja voll böse, die greifen einen ja an! Schrecklich! Es fällt denen ein! Überhaupt keinen Respekt, ne? Naja! Es ging auch schon mal besser! Bin grad am überlegen! Krieg ich den Thanatos? Äh! Thanatos, ganz ehrlich! So nicht! So ein einfaches Ziel bin ich nicht! So ein einfaches Ziel bin ich nicht! Kleiner ja! Gar kein Fall! Vorlein! 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 Ach, jetzt mach doch sowas nicht! Ich bin doch ganz wuschig von, wenn ich das wuschig hätte! Nice! Der war gut! Nice! Hups! Salam! Leider kriegst du kein Salvation von mir! Meine Maus hat sich gerade in dem Moment an meinem Waffe getötet! Hoppala! Falt ne Taste! Oh Mann! Ach! Hopp! Geh ich nicht drauf, danke! Okay! Wer noch mein Ex? 15 Sekunden musst du noch leben! Ich wette doch noch! Oh! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Oh ne! Er will mich! Er will mich! Ja! Und mein Sprung nicht ready! Kein Mana mehr! Sonst würde ich jetzt die 3 drücken und wäre er tot! Ach! Kein Mana! Aber deine 15 Sekunden sind jetzt um! Ja! Kannst du das denn sie eher? War mal ne 3, oder? Hm? Hm? Danke! Bitte! Alter die sind so tot da drüben! Guck dir das an! Ja! Hau doch mal ne Als drauf! Ja ich hab noch nicht! Ich hab noch nicht! Gleich! Jetzt! Hallo! Erster weg! Oh nein! Zweiter weg! Verdammt nicht! Zweiter weg! Nichts gesagt! Spiderman! 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 Töte doch mal die Minions! Sie werden überbewerten! Bringt Erfahrungspunkte und Spaß! Ach schade! 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 Habe ich ob ich den weggeultert kriege? Jawoll! Jawoll! Komm schon! Ja! Ja! Also! Ja! Ja! Hättest du noch ein bisschen gewartet während er in der Luft explodiert, was auch noch sehr lustig wäre! Ein Blitz im Himmel! Hier ist auch noch ein Sprüchgeschick! Ja nicht, dass er in dem Moment eine Diätik bekommt und den Scheiß auch noch überlebt! Das wär eklig! Ah ja, das stimmt schon! Sicher, sicher! Tschüss! Ah! Oh Gott! Ich bin durch! Ich bin arzt! Ich bin arzt! Du bist arzt? Du bist durch! Ja! Lass mich arzt, ich bin durch! Maybe I'm getting close for this! No! Okay! Dann häft er! 20 Sekunden, dann hab ich Salvation! Aber nur für Auserwählte! Nur für die Auserwählten! Mhm! Für die richtig coolen! Nur für die mit Brüsten! Also mein Teil der Salvation-Teilung war andersrum! Da zählen muskulöse Brüste? Nein! Außerdem glaub ich nicht wirklich, dass du sowas bist! Ey! Guck dir Tor an, ja? Ey! Komm her! Guck dir Tor an! Also ich seh da... Porninchen, komm mal hier rüber! Komm mal weg von Katafi! Schnell! 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 Mach das! Du machst das jetzt wirklich, ne? Mhm! Komm, ich mach mal Backflip und du heilst mich in der Luft! Dann halt nicht! Gott! Dann eben nicht! Mhm! Wer hat das? Nö! Kriegst das nicht! Jetzt brauch ich deine Salvation-Auto, ich will! Ja Gott, darf ich ja auch nicht! Nö! Ich bin auch wieder voll geil! Oh Gott, jetzt wollen wir's alle! So, jetzt hab ich schnell benutzt! Und er ist schon abgehoben! Was? Wieso auf mich? Nein! Weil du der Gefährlichste von allen bist! Oh, danke! Hahaha! Oh Mist! Warum brauchst du immer der sich jetzt gerade in deinen Ult reingestellt hat? Vielleicht dachte er sich... Ich bin nicht der Gefährlichste! Stimmt! Ich war nur ganz einkaufen, jetzt kauf ich einen! Das war meiner! Nein! Doch! Da steht mein Name dran! PIXER! Nein! Ich hab den Schwer verfehlt! Ah! Das tut weh! Niemals in gerader Linie vor einem Tor weglaufen! Liebe Kinder, wenn ihr das hier seht, niemals vor einem Tor in gerader Linie weglaufen! Genau! Kann ich bitte die nächsten Minions haben? Ich hoffe... Nee! Redet euch um und klatscht ihn lieber, denn Tor ist nicht! Ja! Nee! Sowas kriegst du nicht! Tor ist Assassin, also... Geht ran! Ja! Ähm... Flo? Ich glaube, der hat DC! Ich glaube auch! Au revoir! Ich weiß gar nicht, wie ihr darauf kommt! Ich finde das sehr weit hergeholt! Weiß nicht vielleicht, weil er sich nicht bewegt! Also bin wir da! Doch, kein DC! Der Beste ist zu spät! Ja! Du bist schon tot! Ja! Sehr! Sehr tot! Sehr tot sogar! Na, Thanatos? Möchtest du reinkommen? Na, zweiter Death hat man mal! Thanatosi! Komme, sterb nicht! Hm! Sollte ich eine Salvation kaufen oder mehr für mich? Kauf dir was für dich! Immer mehr für dich, ja! Boah! Ihr seid aber nett! Reicht ja, wenn nur sie eine Salvation hat für uns alle, ne? Ja! Ja, finde ich auch! Na ja, für alle nicht! Teilst ja auch so gerne, ne? Eben nur für die mit Hitten! Nur für die mit Hitten, genau! Genau! Ist da einer low, dann tue ich nämlich jetzt so 420 Quickscope MLG aus der Base machen! Hm, ne, ne, ne! Kade! Niemand? Nein! Der sieht aus, dass du da rein! Na, mach! Mach doch sowas, nicht! Das tut doch weh! Das tut doch weh! Ich hab euch mal noch jemanden Stunt mit 20 Lebenspunkten! Hast du gut gemacht! Hast du gut gemacht! Hast du gut gemacht! Du kriegst von mir auch ne... Verpation, also... Für mich müsste es nicht nur Witz sein, ich... Ich steh mir so auf Haare auf der Brust! I rock! Hä? Aber ist irgendwie komisch geflogen gerade! Die Ecke? Mhm! Nice! Ich geh mich mal executen! Oder so! Ich hab 4500 Gold! Dann seid ihr genehmigt! Vielen Dank! Du bist da so großzügig! Natürlich! Weiß! Weiß! Jetzt, wo Kaddafi nicht da ist, ne? Er könnte ja immer kurz ein bisschen reinlegen! Ja, danke! Hier ist für Wäsche benutzt! So, das gibts doch nicht! Jetzt, wo er nicht da ist! Ja, das ist so die Nettigkeit, die ich ja die ganze Zeit ertragen muss, heißt ja, das ist so... Ja, es kommt halt schon von... Wie es in den Wald... ...hinein... ...und so... Ja, kriegst du den Spruch ganz hin... Sprichwort, Sprichwort, Sprichwort! ...kriegst du den ganzen in den Spruch... ...kriegst du den ganzen in den Spruch... Natürlich kriegst du den ganzen hin... ...hinmach! Wie es in den Wald hinein schallt, so schallt's auch hin... ...machst du... Oh! Klapp, Klapp! Ja, das hättest du nicht gedacht! Das hättest du mir gar nicht zugetraut! Nee, hätt ich nicht! Ja... Ich bin eigentlich richtig klug! Klapp! 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 Ist der gerade weggecharged? Echt jetzt? Ja, er hat Angst! Lass ihn doch! Ja, ist doch okay! Kann ich verstehen! Ja, ist doch voll niedlich! Ich torne immer ein bisschen... Ich torne immer ein bisschen... Mit der Tadapos seine Eins einfach nicht trifft! Ist okay, wenn er so oft genug nicht... ...ist er tot! Ja! Davon kann man sich damit ja nicht töten! Ja, es geht gerade so nicht, aber... Gerade so nicht! Es fehlt halt noch eine Basic-Effect! Ach, fuck off! Er ultet? Ja! Nicht! Ah, doch! Tor ultet? Zeit! Oh mein Gott! Ja, bitte? Du kannst dich doch Katafi nennen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ach, fuck! Das war die Kopie von dem Sammeln! Ah! Dieser verschissene Kack-Drecks-Fuhe! Also ich hätte in 14 Sekunden... Der Hass ist groß! Der Hass ist groß! Okay, der braucht auch einen mehr, das ist gut! Was? Ich werde das dann auch klären! Jetzt klären wir den Typen da auch mal! Wollen wir ihn mal erklären, wie das so ist? Willst du nicht reinspringen? Nein! Bleib zu weit hinten! Ich hab mich erst mal ein bisschen am Minion zu! Jetzt kommt der andere Tor aber auch wieder! Ach, das ist egal! Erzählt nicht! Erzählt nicht! Erzählt nicht! Erzählt nicht! Erzählt nicht! Erzählt nicht! Jetzt machen wir den! Der Tor hier nochmal schnell weg! Nein! Wie du den hast nicht bekommen heute? Krass, schade! Tor in die Ere? Ich bin mit so wenig Leben reingegangen! Oh, sorry! Oh, danke schön! Du hast mein Leben gerettet! So bin ich! Jetzt bin ich ein Fangirl! Yay, Fangirls! Wenigstens ein Fangirl. Wenn Jasmin sagt, ich soll aufhören, dann mach ich das auf. Und da wirst du dein Fangirl dann schon wieder los. Dein einziges. Mein einziges Fangirl. Das tut mir leid für dich, aber... Oh mein Gott, diese Ult. Das war jetzt so nötig. Das war nötig. War nötig. Das ist immer nötig. Oh Gott, sehr schön. Dieser Prüsterk ey. Katafi, willst du eine Servation? Ne. Oh, keine Servation. Ich heil mich so. Ich bin pure Willenstärke. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh ja, nochmal. Was ist das nochmalspiel? Die Soldatfloss in der... Achtung, die Ulten. Beide. Auf Katafi, dann macht's nix. Macht weiter. Hahahaha. Das ist auch erschreckend dämlich. Aber wir sind zwei Ult von denen verbraucht. Oh ja, oh. Wir sind ein bisschen dran. Komm ein bisschen dran, bittsch. Komm. 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 Du schaffst das? Was zur Hölle? Was ist ein Rumpftreil? Oh Gott! Verdammt! Gibt's doch nicht. Raste gleich. So was von aus. Raste gleich. Bitte! Ja bitte! Bitte! Raste aus! Glaubst du die Minionschlange reicht bis zu dem Pelotos nach hinten, oder was? Stop! Ne, es ging ja über so weg. Ah! Ah! Und tot! Ah! Ah! Ah, ne schön haben sie gerettet! Danke! 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 Danke, 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 danke! Flo, du hast jetzt auch ein Fangirl! Kommt zu mir! Kommt zu mir! Ah! Was? Was? Ich hab dich aber nur weggepusht. Warum war der noch bei mir? Ah! 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 Ich hab mich mal erschrocken, Alter, was war das denn? Ich hab das gar nicht gehört, dass der abgehoben ist. Wann ist ein Thor in seinem Wirbel irgendwie in irgendeiner Form im T-Immun? Ich seh doch gar nicht. Ja, ich hab den da aber mit meiner zwei weggepusht und er ist einfach an mir drangeblieben. Ich glaube, er ist knock-up immun. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Guck mal. Ja! Er ist knock-up immun. Oh, Mano! Wann haben sie denn das geändert? Früher ging das immer. Oh, Mano! Das war mein Lieblings-Konter dafür. Mano, Mama. Jaaa! 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 So weg willst du mich? Haha! Oh, so weg willst du mich? Na komm! Sag mal! Kommen wir jetzt auch noch an Sodomie hierzu! Oh, nice ey! Er riecht dich gleich ins Gesicht! Ins Gesicht! Ins Gesicht! Ins Gesicht! Ins Gesicht! Ins Gesicht! M一点! Jaaa! Ich habe eine Salvation! Für alle, die nicht mit Mister anfangen. Schmack! Die Bitch! Oh Gott, ich glaub du stirbst! Ich glaube nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Ich hab' nicht gesehen. Der ist in seinen Tower. Ich hab' gehofft, dass er ein bisschen davor runterkommt, dass er noch stunnen kann. Leider wollte er nicht davor runterkommen. Schade! Äh, äh, was? Was war nichts? Weitermachen! Ja, einfach mal Ult zu hinstellen! Ja, komm so wenigstens nicht durch! Da wird keiner reinlaufen! Ey, ihr habt mich geopfert, die Schweine! Ne, ist ja auch keiner reingelaufen, das war ja der Plan. Auf, auf, lauf, lauf! Ah. Lebe! Ah, lebe! Ah, was war ich denn hier noch? Lass dich nicht sterben, da. Oh, komm. Okay. Ich bin rausgekommen, muss ich sagen. Ich bin rausgekommen. Ja, du hast ja deinen Jump, ne? Wir nicht. Obwohl ich schon, aber sie dich! Ja, ich bin hier das Opfer. Ja. Wie immer, du! Ja. Das ist so geil, dass der so eine Rede hält, wann der hier seine Jogs macht. Ey, so 5 Minuten gelabert! Bla-bla-bla-blah-bla-bla-bla-bla-bla-bla! Bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-Bla-bla-bla! Ey, Zobek ist echt ein bisschen dämlich, oder? Ein bisschen... Ich meine, ich bin gestunnt und ich will verfehlen sein. Und da ist sie tot. Da ist sie tot. Tauntend in den Tod. Achso, schöner Titel. Tauntend in den Tod, ja. Da fehlt das der Stil. Achso, bleib doch drin. Diese Alliteration, da fehlt noch ein Stil. Aua! Tauntender Todes. Da fehlt genau das, was du gerade gesagt hast. Daaaannn. Pamtam. Taffi dreht durch. Und kein Taffi. Bats! Und jetzt kriegt er richtig mit der Sensi. Ja, los! Gotan hat das! Ja, schön gemacht, Tannathos. Boah, wie viel Schaden machst du hier? So macht man das. Genug! Alter, richtig so. Hat der Junge gebaut. Ah, der Death Springer, ey. Ernsthaft? Oh, wie viel Leben? Wie viel Leben? Das war sicher. Alter. Boah, ey, du scheiß Glücksplitter. Das ist Skill! Ja! Wissen, wann man engagen muss, Kinder. Genau. Sehr wichtige Sache. Kannst du das Buch sabieren? Nein! Hab ich nicht. Ich bin so tot. Ich hab schon gefragt, ich hab's dir so zumindest sogar gelassen. Ich hab Salvation ready! Aber nicht. Oh Gott, da kommt mein Tod. In Form eines Kompetitions. Ja, ich würd sagen, wir gehen zurück, oder? Ja, ich glaube auch. Wobei... Du bist ja echt greedy heute, kann das sein? Ein bisschen. Ich mein, das ist ja nicht so, als hättest du genug 200 Leben oder so. 180. Ja, siehste. Weil eben 50 oder so, ne? Katafi ist auf 180, Mann, ne? Ja. Achso, du kriegst... Hast du eben selbst... Wir müssen reden. Komm in mein Büro. Tochter, wir müssen reden. Komm in mein Büro. Okay. Das war nicht der Plan! Ich will nicht schon wieder geschlagen werden! Mit dir! Das ist so doppel... ...dich jetzt... Warte mal. Mary, was machst du mit ihr in deinem Büro? Ey, was... Was hast du denn für ne Vorstellung? Sie hätte gesagt, die will nicht geschlagen werden! Was für ne Vorstellung hab ich mir! Da kommt ein Angeritten. Was macht denn der hier? Arthos, in die Ehre. Ich will nicht sterben. Ich bin heute auch im Geflecht. Ich hab zu lange kein Zweiten geschlagen. Uh, Double Stunt. Thor, in the air. I don't care. Thor, in the air! I don't care! Ah, ich sterbe schon wieder! Ah, ich sterbe auch! Ich bin vor der Zeit. Ah, und ich vergesse immer noch jedes Mal, dass der... ... ja, noch am Immune ist. Nice. Das passt ja, das Shark Attack. Du kommst zurück. Du blattst hier. Weckst. Jetzt stirbt doch mal, wenn man die Befehle zu sterben wird. Jasmin! Nein! Okay. Ja, bitte. Ich glaub ich hab dich im Player Damage überholt. Kann das sein? Ich mach die ganze Zeit nicht Top Player Damage. Doch, vorhin warst du die ganze Zeit. Ja, ganz kurz nur. Katafi und du, ihr wechselt euch da die ganze Zeit ab. Das kommt noch. Bei mir kommt da gar nix mehr. Ich bin voll am Fiend. Guck mal! Ich hab dich schon gestorben. Ich sterbe nur. Ja, jeder, der so sein Resten kann, oder? Dann ultet der die eine Person nur, weil er den Schatz killen kann. War auch voll wenig Schaden, glaub ich. Ich bin ja die meiste Zeit nicht dabei. Stimmt. Ja, aber du hast... ... das ist ja nicht... ... das liegt ja nicht an den Einten zu. Oh, scheiße. Nein! Der letzte hieb. Wo ist er hin? In die Uhr. Killings! Hä? Wie? Scheinbar hat er noch nen Tick abbekommen. Das Problem ist, wenn du hoch in die Luft gehst, die Ticks zählen trotzdem noch, nur du bist in einem gewissen Rahmen kurzzeitig schaden zu. Ja, aber das Tick hat doch keiner bei uns. Hat doch keiner Dots, oder? Doch, Poseidon mit dem Pool. Doch, Poseidon dort. Ahhhh. Und wenn er mit dem Pool sozusagen noch drinnen stand und den Tick... Wie cool. ... diesen Unverwundbarkeitsframe, den es ja gibt. Wollt ihr noch auf mich warten? Nein. Wobei ich glaub, es war... Da ultet einer! Ahhhh! Ich glaub, er ist an Minions gestorben. Das glaub ich eher. Dass der irgendwo runtergegangen ist und hat noch Minions abgekommen. Jetzt hör doch mal auf. Das kann auch gut sein. Finden sie mal nicht so, als würden sie jemanden interessieren. Rettet Poseidon! Zu spät! Nein! Rettet ihn! Haut ab! Ich geh jetzt zurück. Ich sterbe wieder nur. Die sind nämlich auch als Opfer. Ich bin Level 19 als Zeus, ey! Was ist denn da passiert?! Joa... Man könnte fast sagen, du bist ein wenig zurückgeblieben. Ohohohohohoho... Wie meint ihr das? Können wir sagen im Athena-Sinn. Mann. Okay. 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 Oh, ich glaube, du stirbst. Ich will nicht. Ich bin noch zu jung im Sterben. Geh doch mal weg hier. Oh, bisschen ausmatter. Oder? Ne, doch nicht. Da kam ne Ulf, aber da kam gar keine Ulf. Oh, wie mein. Zwei ist wieder ausrastet. Letzte. 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 Autsch. Oh, Gott. Ey, lass uns einfach verpissen. Ja. Nicht sterben. Oh, Gott. Der ultet. Oh, Gott. Der ultet. Vorsicht. Vorsicht. Oh, wie ich dem nix tue, ne? Wie der Torf. Oder was ist da los? Halt auf der Urge und Shift lassen. Aber bei Shift ist es ja mehr Akkursiv. Bei Shift ist es ja auch gerade. Ja, das macht ja auch einfach. Das ist ja auf Tor auch relativ logisch. Ja. Ich muss gerade sagen, das sind 60 physical damage. Vor allem ADR so vor zwei Tagen oder so. Boah, das ist ja extrem das Item. Ich habe das davon noch nie gehört. Das ist ja aber richtig geil. Mir ist das erst aufgefallen. Weil ich habe immer nur die 40 gesehen und habe mir so gedacht, ja, ich brauche wahrer Schaden. Ich habe das irgendwie, keine Ahnung, durcheinander geworfen. Weil mit 60 physical Schaden ist das ja an sich das stärkste physical Schadens, Alter. Ich habe noch kurz das Salvation, wenn ich wieder da bin. Wenn du so lange durchhaltest. Wir haben übrigens noch nicht mal unseren ersten Tower, ne? Sie gucken ihn aber sehr böse an, muss man sagen. Halt doch kurz durch, bitte. Oh, oh. Okay. Oh, geil. Sehr geil. Easy. Mit Durchhalt. Ich glaube, das mit dem Durchhalten ist recht einfach. Ich habe da so eine Salvation, wenn ihr wollt. Ich schaffe es noch zu sterben. Jetzt hat Flo sogar Topplayer, der bestimmt akzeptiert es nicht. Komm mal her. Komm mal her. Meine Salvation ist cooler als deine. Meine ist aber früher. Was ich mich jetzt frage, ist, kriege ich den Poseidon? Ich kriege den Poseidon. Nichts. Nein. Ich kriege den Poseidon nicht. Was? Toll. Das war aber Zeit, dass der erstmal richtig weggeschottet wird. Es sind 6000 Geld, die ich habe. Das wird auf jeden Fall Zeit. 6000 Geld. Ja, 6000 Geld. Süß, wenn wie er das immer sagt. Gerne. Schlauze. Willst tanken? Die werden sich bedanken bei ihm. Tankt dann mal den Phoenix, ne? Dann brauche ich gar nicht mehr wiederkommen. Na toll. Wobei doch, da sind gleich drei Leute. Das schafft er nicht. Ich bin nicht zuversichtlich. Das ist der Thanatos, der stürzt jetzt auf Zeus. Einfach nur den Titan. Wir schaffen das. Ich wollte gerade sagen, wir machen hier so nebenbei mal kurz den Titan weg. Schade. Schade. Wir haben bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.